Es gibt eine neue Windel von LNGU und nicht irgendeine, sie soll eine Saugleistung von 9500 Milliliter haben. Erstmals vorgestellt wurde die Dragoons im Januar mit vier verschiedenen Motiven, die sich in jeder Packung befinden sollen und nichts Geringerem als der derzeit höchsten Saugleistung. Das ist eine Ansage, insbesondere für diesen Hersteller, dass aus Frankreich stammende Unternehmen hatte lange Zeit eine einzige Windel auf dem Markt, die ich auch bereits in einem Praxistest ausführlich im Alltag ausprobiert habe. Wer meinen Kanal abonniert hat, wird sich noch an das Video der LNGU Candy Fluff erinnern. Es ist eine solide Windel mit einer etwas überdurchschnittlichen Saugleistung zum fairen Preis. Schaut euch gerne mein Praxistest-Video dazu an, falls ihr es noch nicht kennt. Nachdem die Candy Fluff erschienen ist, war es lange Zeit still bei LNGU. Dann kam vor einigen Monaten die Big Ears Baby heraus. Der Erfolg hielt sich in Grenzen, was bei einer Kottenwindel abzusehen war, auch die Saugleistung war laut theoretischer Kapazität nicht extrem hoch. Dazu kommt bei Kottenwindeln durch ihre geringe Produktionsmenge der hohe Preis. LNGU schickt daher direkt einen Nachfolger ins Rennen, der es anders macht. Die Dragoons ist günstiger und ist Außenausfolie, der Standard bei ABDL-Windeln, den auch die große Mehrheit von euch Zuschauern am liebsten mag und daher die bessere Grundlage für eine erfolgreiche Windel sein dürfte. Mit einer theoretischen Saugleistung von fast 10 Litern kann man davon ausgehen, dass sie wohl noch dicker ist als Candy Fluff. Bei Candy Fluff hatte der Hersteller nur 5 Liter angegeben. Man kann die Saugleistung aber nicht von den reinen Zahlen ableiten, die neue Windel wird nicht doppelt so viel aufsaugen, weil die theoretische Saugleistung fast doppelt so hoch ist. Das muss man sich im Alltag zusammen mit weiteren Dingen anschauen, wie beispielsweise Passform und Sitz der Windel, auch das spielt ja am Ende eine Rolle. Ich habe mir daher ein Paket bestellt, um sie dem Praxistest zu unterziehen. Die Ankündigung klingt sehr vielversprechend nach einem würdigen Nachfolger für die Candy Fluff, der noch dicker und saugfähiger ist. Wenn du wissen möchtest, wie gut die neue Windel im Alltag abschneidet, abonniere kostenlos meinen Kanal. So verpasst du keinen Praxistest und auch keine anderen Videos rund um Windeln, die bei mir neben den Windeltests erscheinen. Bis der Test fertig ist, schaue doch mal bei meinen anderen Videos zu LNGU und anderen Herstellern. Gerne kannst du deine Meinung zur Dragoons in die Kommentare schreiben. Bleib trocken, bis zum nächsten Windelvideo.